Wenigstens ist er ehrlich. Ja. Eine deiner Lieblingseinheiten, oder? Ja. Ja. Den ist mäßig. Machst du nur alibimäßig. Hältst du davon was? Ja, bist du schon. Echt? Ja. Der Trainer sagt ja immer nein, aber ich finde es immer ein bisschen mit dem Auslauf. Findest du wichtig, ja? Ja. Ich halte da nicht so viel von. Ich finde eher im Anschluss, zum Beispiel nachmittags an die Einheit oder am nächsten Tag, finde ich deutlich wichtiger oder auch mal alternativ zu trainieren, im Wasser oder auf dem Bike. Ich halte da nichts von, wenn man schon hart trainiert hat, dass man da zusätzlich besser auf dem Körper ausübt. Ja. Sagen wir, macht dir Krafttraining Spaß, oder muss man dich da manchmal ein bisschen motivieren? Bisschen bremsen. Bremsen? Ja. Krafttraining ist ganz wichtig, vor allem im Winter zu machen mehr, dass man mehr Kraft hat, mehr Speed. Dass man die Grundlage legt im Winter. Ja. Und natürlich auch zum Verletzungsprophylaxe, ne? Ja. Also lange schlafen nicht, aber... Genug schlafen. Genug schlafen schon, aber früher im Bett gehen schon. Ja. Ja, also genug schlafen. Da sind wir beide, glaube ich, für underrated, oder? Ja. 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 Jeez, danke. Möss. Möss! 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 Möss!